Hallo, ich bin Matthias Frommer von Centurion. Ich arbeite als Konstrukteur bei Centurion und stelle euch jetzt das Trailbanger vor, unser Super-Enduro. Den Rahmen haben wir schon seit zwei Jahren, aber wir haben ihn jetzt überarbeitet. Wir haben die Geometrie angepackt. Er ist jetzt noch mal etwas progressiver geworden, der Hinterbau. Wir haben jetzt genügend Platz in allen Rahmen für Federbeine mit Ausgleichsbehälter und sind so auf dem neuesten Stand der Technik. Wir sind jetzt hier bei den Teambikes. Im Vordergrund das Backfire Carbon Team, absolut auf Leichtbau getrimmt. Hier zählt die reine Performance nach vorne, also das Rad geht einfach nur abartig ab. Im Hintergrund unser Numinis Carbon XC, unser Race Fully. Vor allem kommt es bei uns im Team im Einsatz Bender Cape Epic, wo wir dieses Jahr wieder Dritter geworden sind. Im Prinzip auch auf Vorab-Performance getrimmt, aber zusätzlich noch mit dem Komfort eines Fully.